Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute bisschen Minecraft Skywars. Ich habe gesehen, ich habe das Enderman Kit und ich dachte mir, vielleicht gibt es heute ein bisschen John Cena Action. Ich werde ein paar bisschen YOLO mäßig spielen und so. Bis gleich. Und viel Spaß. Habe ich denn noch einen 8-Bahn? Ich glaube nicht. Dann sehe ich mal ein bisschen weiter in die Mitte. Alter, was ist denn hier passiert? Oh, hier sind ja Leute. Boah, so ein krasser Held. Nice. Nein. Nächste Runde. Oh, die Hose. Es läuft. Ah, das ist die Map, wo ich meine alte Aufnahme hatte. Oh, eine 2-Tender-Perle. Geil. Jedenfalls haben wir ein erstes Minecraft-Video hier von dem Kanal auf dieser Map, glaube ich. Hey, noch mal die ja schon. Jetzt geht es ab. Soll ich den direkt klatschen da unten? Soll ich mich einfach rüber teleportieren? Komm, ich habe jetzt 2 Ender-Perlen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob das. Ich muss wieder reinkommen. Was für eine Flugbahn die haben. Man, so eine gute Runde weggeworfen. Müssen hier. Oh, lol. Das ist ja wie SG. Das kann ich ja gar nicht. Ich habe nicht mal eine Waffe. Oh, ich habe eine Waffe. Das ist ja lustig. Das stresst mich aber eher gesagt. Ja, ciao, ey. Ah, solche Schwitzer hier alles. Man, ey. Warum hat der auch Full Dia? Lass mich mal ehrlich. Scheiß Map. Warum haben die alle so gutes Zeug immer? Ich weiß, ich bin langsam dabei. Ich muss mich übertreiben. Ich muss mich da rüber tippen und abstauben. Komm. Lol. Ha. Den habe ich es gezeigt. Ach, das ist die Map. Die kenne ich sogar. Habe ich mal gesehen. Hä? Warum? Alles klar. Oder nee, das ist die Map von dem Video. Da brauche ich mich instant drüber. Wie in den guten alten Seiten habe ich mich auch an der Schutzzeit angefangen rüberzubauen. Oh, er baut sich hoch. Komm, komm, komm. Nice, Junge. Der John Cena ist real. Zack. So muss das. Gut, dass ich ihn so früh gepusht habe. Jetzt habe ich ja ganz gutes Equip. Worüber geht's? Ich versuche die meisten zu fastbridgen, aber mein kleiner Finger möchte ich nicht von der Taste runter. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Respekt dafür, dass man runterfallen könnte. Noch ein Enderman. Der ist wohl in die Mitte geworfen. Mensch, langweiler. Das war früher immer die Taktik. Einfach immer in die Mitte und dann versuchen zu gewinnen, aber ist das wirklich so spaßig? Ich gehe auf Spaß, Freunde. Ein bisschen mit den Enderpellen rumschmeißen, das macht doch jedem Spaß. Warum muss ich mich so weit bauen? Oh, ja komm, ihr super, dass du in die Mitte gegangen bist. Macht Spaß. Oh, interessante Map. Was habe ich für ein schlechtes Equip? Oder einfach nicht rüberwerfen und dem eine Überraschungskombo geben. Vielleicht klappt es ja. Der hat zwar bessere Rüstung, aber... Oh Mann, als ob. Ich könnte da vielleicht abstauben. Lässt sich einrichten. Der ist gut, aber ich habe ihn. Warum pusht der mich jetzt? Na komm doch. Ja, Lowground ist so krass in Minecraft. Alter. Knappes Ding. Hatte ein bisschen Glück gehabt, dass ich da den Block nicht mehr hatte. Ach, die Map. Ich glaube, sieht nicht so gut aus mit dem Equip, um ehrlich zu sein. Okay, let's go. Mal gucken, was wir machen können. So, könnte man natürlich gut jemanden überraschen. Ich könnte mich da rüberwerfen. Der weiß gar nicht, aber ich glaube, außerhalb der Schutz ist jetzt noch ja schade. Ich baue mich einfach mal rüber. Ja, da kommt der nächste. Okay, den kann ich auch schon. Oh nein. Oh, fuck. Okay, klappt auch, hinter ihm zu sein. Hat was, hat was. Oh, oh yeah. War zwar nicht geplant, dass jetzt hinter ihm lande, aber... Why not? Hat gerade ein bisschen schnelles Handeln erfordert, deswegen... War das Aim nicht so gut, aber... Ha, der trinkt ja schon was. Was ist denn mit dem los, ja? Ah, der Diaschwert, das würde ich gerne haben. Danke. Und er hat eine Enderperle. Nice. Back to the root. Deck habe ich mein Kit wieder zurück. Jetzt echt. So. Was geht denn jetzt an das Thema Rüstung? Das Diaschwert habe ich. Oh, wow. Hier ist jemand. Warum hat der eine Full-Dia-Rüstung, bitte? Will ich nicht, will ich nicht. Als ob der das irgendwann mit sich machen lässt, ja. Ja, 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 du Kleiner. Hat der noch einen Gold-Apfel oder was? Okay, da kommt jemand. Den John Cena, ich. Yo, yo, was? Ich barge einfach in den Block. Nice, aber ich habe ihn noch. Hat sich gelohnt. Jawohl. Na, manchmal muss ich halt mit dem Aim aufpassen, ne? Ich habe wieder ein bisschen zu tief geämpft, weil der sich halt hochgebaut hat. Aber naja. Hat trotzdem halb geklappt. Hätte ich halt mehr Herzen, hätte ich sogar noch überlebt. Schade, hätte ich mir einfach eine bessere Rüstung, dann wäre es krass gewesen. Aber wie ihr seht, komme ich ja so langsam rein, ne? Ich glaube, ich hätte jetzt drei Kills oder so. Und dafür, dass ich am Anfang null hatte. Das wird besser. Ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt die letzte coole Runde. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Jedenfalls könnt ihr doch gerne ein Abo dalassen, falls ihr mehrere solcher Videos sehen wollt. Coole Map. Soll ich da so Kacke-Quip habe, ey? Das ist ja der Klassiker, ne? Das nimmt man an, jemand cool ist. Ne, der hat sich in die Mitte gebaut. Das ist ja nicht cool. Spaß. Jeder kann ja spielen, wie er möchte. Das wird mir nur noch eine Diabrust. Oder eine Eisenbrust. Verfolgen wir den mal. Ah, ich dachte, vielleicht wäre da ja eine Diabrust drin. Wäre aber auch zu... Jo. Wie ist er da rübergekommen? Wäre aber auch zu unrealistisch. Wäre ich hier? Ah, hier wäre es nämlich... Hier habe ich es gespürt, hier wäre es drin gewesen. Naja. Scheiß mal jetzt auf die andere Rüstung. Das dauert mir zu lange. Ich werde aber noch ein paar coole Kills kriegen. Ey, diese Glasflasche verfolgt mich jetzt die ganze Zeit, Mann. Geh weg. Das wird gut, das ist ja cool. Ich möchte nicht, dass er... Ja, ich wusste, TPC ich nämlich. Deswegen habe ich einen Goldabfall gegessen. Alter, umlegt so. Scheiße. Ja, okay, das... Ich glaube, das war es. Alter, was? Hat der noch so viel Leben? Der Regeneration oder was? Junge, Junge. Ich glaube, hier fehlt noch eine coole Runde. Was ist denn hier los? Oh, er kommt, er kommt. Oh, ich habe mich jetzt selber eingesperrt, was? Oh, ne. Oh, ne. Oh, mein Gott. Ist der Versorgung ja vorbeigerannt, oder was? Tut mir leid, dass ich anstrengend bin, aber... Ich habe mich nicht dazu entschieden, dass hier Wasser ist. Ich kann nicht mal mehr regenerieren. Ich habe gar nichts. Ich versuche noch einen in den Tor zu stürzen. Ah, hier ist er. Guck, guck, guck. Nein, Mann, das war ja... Das hätte ich ja wohl eh regenerieren können. Mann, dieses Wasser, ey. Warum ist man da so slow? Ja, das schreit noch eine coole Runde. Was ist das? Ja, schade. Skyblock klickt doch. Lustig, als könnte man die nur runterschubsen. Ui, soll ich den John Cena machen? Komm, ich bin ein YOLO-Krieger. Fuck. Okay, Leute, genug Internet für heute. Macht euer Handy aus, macht euer PC aus, keine Ahnung. Geht raus, macht das mit euren Freunden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.